Du bist auf der Suche nach Mobilität und Unabhängigkeit? Hier gibt's die Lösung Microcar Lichier. Fahrspaß ab 15 Jahren. Der Vertragshändler in deiner Nähe ist mit Rat und Tat zur Stelle und selbst begeistert von den coolen Microcars. Die Hauptvorteile von Microcar sind natürlich die Sicherheit, die Unabhängigkeit, der Fahrspaß, den man damit hat und die Erfahrung, die man sammelt. Ich fahr selbst gern damit, ich fühl mich sicher und es macht Spaß mit dem Auto zu fahren. Bleibt noch die Frage, wie komme ich zum Führerschein? Ganz einfach, auf der Seite von microcar.cool findest du die Fahrschule in deiner Nähe. Die Partner der Startup-Fahrschulen sorgen für die optimale Ausbildung mit vierrädrigen Leichtfahrzeugen wie die von Microcar Lichier. Und das auf höchstem Niveau. Für die Fahrerlaubnis genügt in Österreich ein Moped-Führerschein der Klasse AM ohne Zusatzcode. Denn nur dieser Führerschein berechtigt zum Lenken von Mopeds, vierrädrigen Leichtfahrzeugen oder Quads. Die Ausbildung kann frühestens zwei Monate vor deinem 15. Geburtstag beginnen. Der Weg zum Führerschein ist einfach. Ein sechsstündiger Theoriekurs, das Bestehen der Theorieprüfung und eine praktische Schulung im Ausmaß von acht Stunden, davon zwei im Straßenverkehr. Und schon ist man unterwegs. Was bringt eigentlich das Autofahren ab 15 für später? Zunächst einmal Sicherheit. Die Fahrpraxis bringt Sicherheit im Straßenverkehr, denn das richtige Reagieren lernt man nicht in wenigen Wochen. Erfahrung, die du schon jetzt sammeln kannst. Nicht zu vergessen auch die Kostenersparnis. Die Leichtfahrzeuge sind echte Spritsparer. Apropos Sparen. Beim Kauf oder Leasing eines neuen Microcar oder Lichee bekommst du die Kosten des Fahrkurses rückerstattet. Den Gutschein dafür gibt's beim Händler. Die Prüfung erfolgt am PC und dann ist es tatsächlich soweit. Die große Freiheit ist endlich da. Sicher und bestens geschützt auf der Straße unterwegs mit Microcar Lichee. Die große Herausforderung. Die große Herausforderung.